Und dauernd hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir kommen zu einer neuen Folge Champions of Ontario. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Dorf noch ein bisschen ausgebaut und ja, wir müssen wieder einen Tag überspringen und kommen damit zu Tag Nummer 9 und werden angegriffen. Okay, bevor wir das machen, gehe ich aber nochmal zurück. Lass mich in mein Dorf, warum kann ich nicht in mein Dorf? Doch, jetzt kann ich in mein Dorf. Denn ich brauche dringend Heiltränke. Moment, so, einmal hier runter. Zur Apotheke, ich brauche dringend Heiltränke. So, und dann gehen wir noch zum, ich brauche auch Basilisken. Toll, eine einzige kann ich machen. Oha. Ist aber nicht viel, was fehlt mir denn? Mir fehlen Metall und Wasser. Dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal beim Bauen. Und gucken, bauen wir uns mal noch einen Wasserträger. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Wasserträger waren hier oben. Dann kommt hier auch der nächste hin. Weil, äh, die dürfen ja wieder nicht mit einem Wohnhaus in der Nähe sein. So, hatten wir das gebaut. Ähm, als nächstes würde ich sagen, dann gucken wir mal halt nicht abreißen, sondern bauen. Gucken wir mal, ob wir hier noch eine Mine bauen können. Minus 4 wären ein Steinhauer in der... Ist es nicht. Hier oben ist kein Steinhauer. Dann können wir hier eigentlich gleich noch einen hinbauen. So, dann kriegen wir noch ein bisschen Metall aus der Mine. Puff. Bam. Sehr schön. Berg plus 50 Produktion für Metall. Ja, läuft, weil wir es am Berg gebaut haben. Okay. Das hier unten war ja nicht am Berg. Warte mal, hatten wir... Wir haben ja gar keinen Metalltyp, oder? Doch, da. Aber es ist nicht am Berg. Ah, okay. Da muss man echt übelst drauf achten. Okay. Unser Dorf wächst auf jeden Fall. Sehr schön. Dann, äh, müssen wir jetzt nur mal gucken. Eine Basi-List konnte ich jetzt nicht nochmal bauen. Konnte ich irgendwie schon was lernen? Ähm. Die Frage ist auch, was ich lernen wollte. Ne, wir gehen mal zurück. Und zurück auf die Kart. Wobei. So mal. Gehen nochmal zur Apotheke. Da konnten wir nichts machen. Kommt rein, kommt rein. Da konnten wir auch nichts machen. Wir haben solch ungelassen. Willkommen in meiner Schmiede. Wonach sucht ihr? Wir könnten natürlich jetzt für 40... Ne, machen wir nicht. So, okay. Halt zurück. Dann auf in den Kampf. Wir werden angegriffen. Die Stämme des Nordens. Von bloßen Nervensägen zu einer ernsthaften Bedrohung zu werden. Es ging das Gerücht um, dass ein neuer Häuptling anstalten machte, die Frostbartstämme zu vereinen. Offenbar hatte er eine kreative Lösung gefunden, die Häuptlinge zusammenzubringen. Ich weiß nicht wie. Wie auch immer er es geschafft hat. Die Frostbärte verschmolzen zu einer großen Streitmacht. Ihr nächster Angriff war kein kleiner Überfall. Es war weg. Okay. Das hört sich, äh, ja. Vielversprechend an. Also, uns erwartet, äh, Wasser und... Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall Blitz mit. Ah, dann müssen wir den ja fast zu Hause lassen. Hm. Ich will den aber nicht zu Hause lassen. Was gibt's zu tun? Sie kann auch Pflanzenschaden machen. Ich rate auf. Wir nehmen ihn mit. Nützt nichts. Weil, ja, er ist einfach stärker. Die Champions ritten in die Schlacht. Hart ihr Entschluss, ihr Mut so fest wie ein Fels. Japp. Entspannte... Japp. Japp, sind wir. Wir werden jetzt richtig den Arsch abreißen. Die Frostbärte rücken an, um eine unserer Basen einzunehmen. Ich wäre weniger besorgt, wenn dies nur ein Überfall wäre. Aber sie scheinen sehr erpicht darauf zu sein, unsere Position hier vollständig zu zerstören. Einfach gesagt, verteidigt die Basis. Wir können es uns nicht leisten, Gebiet an diese Barbaren zu verlieren. Ehrlich gesagt, wäre es eine Schande. Naja, dann müssen wir uns ja wohl noch mehr anstrengen. So, dann gucken wir mal. Wo müssen wir hin? Da sind unsere Helden. So, ähm... Wir müssen ja nur einen Turm... Okay, verbleibende Wellen. Wir müssen neun Wellen... ...bekämpfen. Guck mal, da leuchtet was. Warum leuchtet es da jetzt? Achso. Okay, da kommen die Ersten schon. Äh... Ah, hier hätten wir schon wieder Wasser gebraucht. Naja. Da muss ich nur aufpassen. Feuer ist stark gegen Metall. Okay, er rammt sie erstmal nur und haut dann wieder ab. Würde ich sagen. Ja. Du rammst sie, haust dann wieder ab. Du ballerst dir direkt gleich mal einen Pfeil. Und sagst, guten Tag. Halt. Zack. Und dann... Nee, nee, warte mal. Du schaltest ihn stumm, greifst dann aber den an, weil du gegen den stark bist. Sehr schön. Bam, lass hochgehen. Zack. Ah, er kriegt da sehr wenig Schaden. Wären sie heute nur im Bett geblieben. Mal sehen, wie ihnen eine Blockade schmecken wird. Ach lol, wie schnell soll ich denn da hinkommen, ey? Okay. Schnöööö. Boah, der schickt da voll den Dings drauf. Boah, den verliere ich den Tor umlockerflockig. Guck mal, die hauen jetzt wieder ab. Ja, ich muss da mehr drauf achten, ey. Kann ich auch nicht wieder aufbauen. Warte mal, ich könnte aber gucken. Komm jetzt von da unten. Oh, jetzt hab ich das da hingeschoben. Ich trottel. Warte, das ist ja jetzt Fail. Da macht's wieder kaputt, alter. Ach. Eigenes Grab geschaufelt. Ach, kacke Leute. Das war echt Fail. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich komm dann da trotzdem lang. Ha, sie hätten heute zu Hause bleiben sollen. Da hast du recht. So, äh, gegen Wasser war blitzstark. Okay. Nee, nee, lass das mal. Greif den dann so an. Du. Weg das Laufen. Hierher ballern. Ja, doch, der hat schon vier. Okay. Dann zack. Ja. So, guck mal, da können wir doch jetzt auch, wie ich immer, äh, mit WASD, äh, machen möchte. Kann man das wieder reparieren? Nee, kann man nicht. Gut. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die schnell, äh, besiegt kriegen. Ah, schnell ist gut gesagt, ey. Da laufen hier schon wieder Truppen rum. Okay. Okay, okay. Ganz ruhig. Die da rein. Du genauso. Ja. 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 Ich treffe meinen Turm an. Was für ein Sieg. Ach kacke. So, weggeballert. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss da hoch. Warum geht sie denn jetzt nicht mit? So, kann sie jetzt eigentlich die Typen da abschießen? Ja, kann sie sehr schön. Ich habe viele durchbohrt. Keine Gnade. Warum kann sie denn jetzt noch nicht mehr schießen? Das ist doch kacke. Okay, das ist kaputt. Dann wollen wir mal. Ich habe Ehren voll gedeckt. So. Okay, jetzt kommen sie da unten. Alles Feuer, da brauche ich die Wasser. Wasser habe ich nicht. Aber ich könnte den umwandeln. Okay, das machen wir auch. Wandeln wir den ja erstmal um. Du schießt auch hier hin. Du schießt auch hier hin. Oh ja, die wollen meinen jetzt. Die wollen ihn. Genau wie bei meinem Kindermädchen. Wunderbar. Ich muss halt echt aufpassen hier. Machen ganz schön Ärger. Wie er ihm hinterher rennt. Warte mal, wenn ich jetzt. Ich fühle ihn einfach mal ein bisschen im Kreis rum. Okay. So. so Jetzt müssen wir aber gucken, dass ich die, dass ich das schnell kriege. Na. Ich bin bei euch. Ah, er trifft jetzt natürlich keinen hier, das war scheiße. Ich brauche einen Trank! Hm, brauchst du? Ganz dringend, zack. Danach hab ich was sehen, Junge! Ich brauche einen Trank! Shit, 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 shit! Stille! Schmeckt furchtbar, rirkt Wunder. Perfekt. So. Wieder nicht getroffen? Naja, Geräte nutzen, ich weiß, aber... Hä? Die konnten kämpfen. Greift immer noch so'n Scheiß wie an. Ach, jetzt läuft das genau da lang. Verfluche den Gegner! Hat fies geschmeckt, aber ich fühle mich wie neu. Brauchen wir mal stärkere Tränke irgendwie. Irgendwie sind die low, 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 low. So, komm, die fangen wir gleich hier ab. Hier, versperrt damit den Weg. Okay. Okay, hm. Zack. Naja, das mach ich noch nicht. Da muss ich mal warten. Wenn... Da, da... Und du ganz normal. Zack. So, hätten wir da alle. Seht euch das an! Seht euch das an! Okay. Nicht schlecht! Nicht schlecht! Ah, jetzt muss ich doch gegen die kämpfen. Und oben kommen schon die nächsten. Ja, gut. Stille. Und dann... kriegt er hier gleich mal eine. So... Du... Ausweichen. Und ballerst die mal voll. Sehr schön, der hat alle erwischt. Da auch nochmal alle erwischt. Scheiße. Und die anderen sind schon wieder in der Mitte. Scheiße, die anderen sind schon wieder in der Mitte. jetzt... Leute, das wird langsam echt schwer hier. Komm, ballert den mal weg da jetzt. So. Das neuer Gegner kommt von da. Noch nicht, noch nicht. Boah. Genau wie bei meinem Kindermädchen. Wunderbar. Die kommen von da oben. Wir haben einen einzigen Turm, haben wir noch. Aber besser als nix. Zwei Wellen noch übrig. Jetzt verliere ich zwar den dritten Turm da unten, aber Rain. So, du greifst mal nur den hier an. Warum erwische ich den nicht? Und du pumpst den hier hinten voll. So. Sie kommen! Jetzt gehen die doch da hoch. Ein zähes Exemplar, sagt er. Schwierig, schwierig. Hey, nicht laufen. So. Wir werden anfangen. Ey, was machst denn du klar? Du bist doch hier voll stark gegen... Boah, was ist er denn, alter? Aber... Okay, jetzt muss ich aufpassen. Mal ein bisschen sammeln hier wieder. Du gehst mit auf den, weil der ist ja... Ich stehe stark gegen den, okay. Ja, und du? Ja, komm, hau da halt mit drauf. Scheiß drauf. Habt ja nix anderes übrig. Ja, aber was soll ich machen? Bei Cooldown. Das ist halt echt kacke. Mit ihr müsst dich jetzt wegrennen und ihn raus locken. Und er muss ihn weiter angreifen. Boah, was ist denn das da noch? Nein, lauf weg. Scheiße. Wir haben einen verloren. Aber das ist, glaube ich, auch die letzte Welle. Was ist das eigentlich für ein Typ, Alter? So voll der Ochse. Ähm. So. Der hält auch mega viel aus. Ey, guck mal, wie viel Gesundheit der hat. Tausend noch was. Das reicht nicht. Neun Sekunden. Komm, das ist doch der letzte, ey. Dann haben wir es, dann haben wir es. Da ist er tot. Boah. Ein Held gestorben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der wieder da ist. Ob der wieder überlebt. Äh, ob man ihn wiederbeleben kann. Keine Ahnung. Ihr habt gewonnen. In einer wohlverdienten Heldenpose oder zwölf, gingen die Champions zurück ins Lager. Im Lagern schienen die Champions in der Tat sehr gut zu sein. Okay. Ja, dann machen wir uns zurück. Jetzt gucken wir aber mal ganz kurz, ob der jetzt wieder noch lebt oder nicht. Ich hoffe, er lebt noch. Ist natürlich mies, wenn er jetzt weg wäre. Aber ich glaube es nicht. Komm, lad, schneller. So, das Spiel gespeichert. Ähm. Wir können natürlich. Können wir noch angreifen? Ne, wir müssen eh einen Tag drüber springen. Das machen wir schnell. Dann haben wir wieder neue Ressourcen und alles. Zack. Oh, der ist aufgestiegen auf Level 3. Ich bin noch Level 2. Egal. So. Okay, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Kommentar und einen Daumen da. Und ja. Bis dahin. Macht's gut. Euer Chris. Ciao.